Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Raft. Na, alles klar bei euch? Ziggy, Ziglinde, der Glubscher, alle da. Na ja, guck mal, die Palmen sind auch schon fertig. Es ist gerade ein bisschen geregnet. Ich habe mal ein paar neue Samen reingeworfen, dass die Palmen mal auswachsen. Wir brauchen nämlich ein wenig mehr Holz. Das kann ja nicht schaden. Müllwürfel laufen auch. Ich habe ein bisschen was umgebaut. Ich werde es euch kurz mal zeigen, weil ich habe einfach nur mal die Rohre neu verlegt, so ein bisschen zumindest. Und habe mir gedacht, wie verkleidest du das am besten? Habe einfach mal ein paar Holzwände drum herum gezimmert, um es auszuprobieren. Und plötzlich stand das hier so. Also das Rohr geht jetzt quasi hier hinten lang. Muss ich ein bisschen kriechen. Ich wollte es halt versteckt haben und führt jetzt oben zu den Sprinklern. Ist ein bisschen besser. Ich habe es aber noch nicht angeworfen. Wir brauchen hier nochmal eine Batterie. Ich habe einfach Türen reingebaut, damit ich hier noch irgendwie dran komme. Versteckt finde ich es tatsächlich besser. Allerdings ist es wieder echt warm heute, Leute. Ja, würde ich das jetzt zusammen mit euch anschmeißen. Und wir bauen noch mal ein bisschen die Küche um. Dann können wir nämlich diese Nische hier wunderbar nutzen, um vielleicht noch ein paar Kisten reinzubasteln. Des Weiteren würde ich gerne noch einen zweiten Biokraftstofftank bauen. Den machen wir hier draußen, aber ziehen wir ein Stück auf die Freifläche. Da ist ja eh nicht mehr so viel drin. Die können wir eigentlich quasi jetzt mal abreißen. So. Dann würde ich den einmal drehen, wenn es geht. So. Und dann können wir hier nämlich schön zwei nebeneinander stellen. Oder fängt es direkt hier an. Geht auch. Er sollte schon so rumstehen, ne? Oder willst du sehen? Ja, machst du hier hin. Die beiden. Die beiden. Zwei Stück können wir glaube ich schon ganz gut gebrauchen. Scheiße, habe ich jetzt das Rohr geopfert? Und das hättest du auch lassen können wahrscheinlich. Außer man kann hier durch, kann man nicht, ne? Ne, ne. Okay. Leider nicht tatsächlich. So. Und dann, wenn ich den jetzt aufhebe, ist der Kraftstoff hier weg, ne? Ja, komm, ist nicht so schlimm. Jetzt bauen wir es einmal richtig um. Ja. Ja. Dann könntest du hier noch einen kleinen Reling ziehen. Müssen wir mal schauen, wie das passt. Und, ähm, wo willst du es hin haben? Hier. Ja, wenn da noch ein zweiter Tank hin soll, dann noch so. Oder? Ne, dann guckst du ja immer von hinten drauf. Ja, das ist ja auch bekloppt. Warte. Ja, dann machen wir es schon so. Dann geht zwar wieder das volle Rohr nach vorne weg. Und das lässt sich jetzt glaube ich erstmal nicht verhindern. Wenn später mal alle Wände und sowas stehen, dann kriegen wir es auch vielleicht hin. Das mal ein bisschen ordentlich zu machen. Wir setzen jetzt erstmal noch einen zweiten Biokraftstofftank. Was willst du denn? Fisch essen? Ja, mach mal. Was brauchen wir denn dafür? Schauen wir doch mal. Junge, Junge, ey. Aber kommt halt immer wieder was Neues dazu. Und dann passt das hier wieder nicht. Und dann musst du ja wieder ein bisschen umbauen. 25 Plastik? Was stimmt mit dir denn nicht? Moment. Das ist ja ein ganzer Haufen. Plankenschrott und zwei Bolzen. Sechs Schrott. Zwei Bolzen. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Haben wir hier nochmal einen zweiten. Und nimm nochmal ein bisschen Schrott mit für Rohre. Dass du das gleich anschließen kannst. So. Machst du die hier drauf. Aber baust dir gleich auch nochmal welche. Da. Können wir das alles miteinander verbinden? Dass das dann quasi... Es fehlt mal wieder eins. Ist ja klar. Habe ich hier noch eins zu drumfliegen? Bevor ich jetzt noch eins wieder bauen muss. Äh, ne. Wasserrohr war das. Okay. Anderes sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht. So. Das Ding ist jetzt leer, ne? Ja, ja. Okay. Komm, wir füllen Biografschaft nach. Wir haben ein bisschen was da. Das ist kein Problem an sich. So. Gucken, wie viel da so reingeht. Habe ich jetzt erstmal vier hier reingemacht. Jetzt müsste rein theoretisch ja schon. Jo. Das ist voll. Und die Motoren sind auch alle voll. Dann mache ich hier wieder vier rein. Und hier auch nochmal vier. Dann haben wir ordentlich Spielraum. So. Jetzt heißt es Batterien. Was ist mit der? Die ist jetzt auch leer. Aber hier sind nochmal vier Müllwürfel drin. Können wir dann gleich nach oben packen. Die ist leer. Und was haben wir hier noch so drin? Zwei leere und eine volle. Warte. Geokraftstoff. Jo. Alles aufgefüllt und immer noch ein Arsch voll da. Wir müssen auch gleich noch Honig machen. Aber eins am anderen. Jetzt laden wir erstmal die Batterien. Und probieren mal. Unseren Wasserspender mal aus. So. Hier muss die volle rollen. Oh. Okay. Das ist ein kleines Problem. Da ist nur die Tür. Oh. Guck mal. Er schlürft. Der Staubsauger geht ab wie Spitz. Sehr gut. Guck mal. Jetzt saugt er hier das Wasser rein. Ah. Hier füllt es sich jetzt auch auf. Und er müsste jetzt quasi in die Sprinkler oben gleich rein pumpen. Oh. Ich hoffe das reicht. Oh. Er ist schon leer gesaugt wieder. Er pumpt oben in die Sprinkler rein. Gucken wir mal ganz kurz. Ist ja alles aufregend hier. Müsste dann aber jetzt hier voll sein alle. Jo. Mega nice. Dann gib mir gleich mal. Wurde dein Ei. Hast du hier auch welche gelegt? Jawohl. Nicht tragen. Wie sie immer genau davor stehen. Die alten. Oh. Dankeschön. Gleich nochmal eins hingeknallt. So. Machen wir es gleich einmal fertig. Und holen uns die Wolle auch noch. Wollt ihr ja irgendwann mal eine Rüstung bauen? Machen wir dann demnächst. Ich habe noch die Rezepte in der Tasche. Weil. Ich mir erst überlegt hatte den Tisch hier rein zu stellen. In diese Ecke würde auch gut passen. Aber ich glaube mit den Kisten bin ich besser bedient. Wir brauchen ja sowieso noch mehr. Und für Schränke haben wir nicht genug Titanen da. Apropos Titan. Wenn du jetzt nochmal die Schere wegbringen würdest. Weil du sie sonst nachher wieder suchst. Wenn du sie jetzt nicht in die richtige Kiste legst. Würde ich sagen. Wir machen weiter bei dem Steuergerät. Oder wie auch immer das hieß. Das habe ich nämlich beim letzten Mal schon vergessen. Eigentlich wollte ich das da ja schon bauen. Warte mal. Das ist doch bestimmt hier oder? Kontrollpunkte ermöglichen es dir, alle Motoren von einem Ort aus zu steuern. Okay. Eine Leiterplatte, zwei Bolzen, die Titanenbahn und Schrott. Oh, Schrott ist schon wieder ganz schön knapp. Ich hoffe, das reicht gleich noch um. Und, äh, so kann es schon herstellen. Leiterplatte habe ich hier noch drin rumfliegen. Kostet zwar unser ganzes Titanen jetzt, aber ich glaube, das Ding hätte ich super gerne. Da bauen wir uns natürlich oben in die Steuerkabine. Da freue ich mich echt schon drauf. So, wenn du das jetzt hier... Ne, warte, dreh das mal. Wäre das nicht geiler? Ich glaube, so wäre es ganz cool. Oder du machst es sogar... Ne, hier vorne will ich es nicht haben. Müsste vielleicht den Tisch sogar noch. Kann ich es mal so drehen? Ja. Jetzt glaube ich gerne so. Hier in der Insel sind wir eh durch. Das heißt, ich könnte nochmal kurz zum Händler... Dass wir uns hier den Rang 3 noch verarschalten. Da müsste ich nur eben schnell die Köder noch verangeln. Ich glaube, das würde ich jetzt machen, wenn es dunkel wird. Dann angle ich uns die Fische und wir starten den nächsten Morgen durch und geben das nochmal schnell beim Händler ab. Verkaufen den Kram. Dann steigen wir auf Rang 3 auf. Das müsste passen. Ja, dann lass uns jetzt noch schnell den Kochtopf den zweiten bauen, damit ich die Rezepte mal loswerde aus meinem Inventar. Junge, ich habe ja richtig viel zu tun hier gerade noch. Überall wird umgebaut. Aber irgendwie habe ich auch immer neue Ideen gerade. Oh. Vier Glibber. Das ist aber ein glibberiger Topf. Vier Glibber, sechs Kunststoff, paar Planken. Vier Glibber, Kunststoff, Planken und die Metallküste. Man sollte es passen. Wir bauen uns einen zweiten Kochtopf. Das dauert ja immer ewig, bis er durch ist mit so einer Mahlzeit. Das heißt, hier passt auch wunderbar noch einer vor. So, ruhig mittig. Schau dir keinen Zwang an. Schon so dicht, wie es geht. So. Oh, das ist aber wirklich ganz schön dicht. Hier ist der Press an die Wand gequetscht. Dann machen wir hier die geilen Rezepte. Dass du immer, wenn es geht, drei hier dran kriegst. Vielleicht. Wir kriegen ja später bestimmt noch mehr. So. Und. Scheiße. Dann mach's doch so, komm. So dicht es geht. Jawohl. Und drüben an denen kannst du an die anderen alle patschen. Jetzt sind ja sogar ein paar mehr noch, glaube ich. Dann hast du hier erstmal zwei. Dann sieht das auch geil aus mit den Rezepten. Dann brauchst du sie nicht an die Wand nehmen. Beziehungsweise hierzu sogar oben drüber hängen können. Aber komm. So ist doch hübscher. Ich denke mal, wir werden vielleicht auch noch eins finden. So. Und das haben wir auch. Ich würde sagen, ich gehe mal schnell angeln. Wir sehen uns dann nächsten Morgen. Kannst du das mal hier noch kurz fertig machen. Außerdem musst du mal was trinken. Und so ein Highsteak. Könntest du eigentlich auch schon wieder. So. Achso. Da musst du dir auch noch eine Angel bauen, ne? Ich glaube, es war keine mehr da. Guck mal kurz bei den Tools rein. Nein, nein. Ist zwar alles voll, aber keine Angel mehr drin. Achso, ja. Ich habe natürlich auch hier schon mal provisorisch vorbereitet die Bienenhäuser. Alter, wie heißen die denn? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Bienenstock. So, nämlich. Und die Beete, die wir hier drüben stehen hatten. Wo ich jetzt die Rohre da verlegt habe. Stehen die Zier drin. Bisschen wir nur noch mal Blumen anpflanzen demnächst. Aber da bin ich jetzt irgendwie noch gar nicht zugekommen, weil so viel andere Kram gerade war. Mega gut. Ähm. Ja. Angel. Ich. Wir sehen uns nächsten Morgen gleich. So, ihr Lieben. Es wird schon langsam wieder hell. Zwei Köder muss ich noch. Mehr habe ich gar nicht geschafft. Und inzwischen, äh. Sprinkelt der Sprinkler hier ganz schön vor sich hin. Das kostet natürlich auch jede Menge Batterien dann tatsächlich. Aber erstmal läuft es automatisch. Ich gucke mir das mal eine Weile an, ob sich das lohnt. So, verkehrt finde ich es jetzt erstmal gar nicht. Aber man muss natürlich ständig wechseln, ne? Du brauchst hier oben zwei Batterien. So, wir sind durch. Fünf, zwölf Stück. Jawohl. Zwölf Fische haben wir. Äh, ne? Hier oben die beiden. Und unten für die Wassermaschine. Da wollte ich mal gucken, ob da mittlerweile tatsächlich ein bisschen was über ist. Oh ja, der ist voll. Okay, das ist natürlich nice. Allerdings ist die Batterie jetzt auch fast schon leer. Ja, aber gut. Da kann ich mir jetzt auch selber Wasser mal rauszapfen. Jo. Jetzt müsste er doch eigentlich direkt wieder anfangen zu saugen, oder? Ist die Batterie schon leer? Ne, leer ist die nur nicht. Die ist ja noch nicht komplett rot. Ah, guck mal. Der saugt da wieder an, der Gude. Das ist ja mega gut. Nice. So. Okay, was sagt das Inventar? Eigentlich ist das okay. Das Verscherbeln war ja gleich alles beim Händler. Die Angel kannst du eigentlich hier lassen. Aber du hast keinen Platz mehr in der Tools-Kiste, glaube ich. Ach, du Jemini. Waffen haben wir dabei. Sogar noch ein bisschen Bogen. Kleines Frühstück. Und wir gehen schnell rüber und verscherbeln die Sachen mal beim Händler. Na? Hör auf. Ist gut jetzt. Oder schaffe ich nicht? Ah, blöd. Blödmannsgehilfe. So, habe ich eine Chance zum Händler zu kommen, ohne dass mir jetzt wieder der Bär direkt auflauert? Ansonsten zwicke ich ihm ein paar Pfeile rein. Ist auch kein Ding. So, Händlerrang 3 wäre schon geil. Ich glaube, hier wird mir direkt Jetzt hier ganz hinten Ist doch noch ein Baum, den du abhauen kannst, äh, umatmen kannst, oder? Ist der nachgespawnt, oder? Hast du den nicht gesehen? So, unten ist der Bär. Mal gucken, ob er mich sieht. Wahrscheinlich knallt er mich gleich hier den Abhang runter. Oh Gott. Oh, habe ich mich verjagt. Verdammt. Nimm mal eine Machete. War ja klar, dass man an dem nicht einfach so vorbeikommt, oder? Naja, dann gib mir bis jetzt noch dein Fleisch. Ah ja, und das Leder, dass ich mir vielleicht endlich mal eine Rüstung baue. Das machen wir, bevor wir Varuna Point erreichen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir müssen auf jeden Fall noch mal nach Tangaroa. Ich würde es mir gerne angucken. Ihr habt geschrieben, es gibt da noch einen geheimen Raum, den ich nicht kenne. Das können wir eigentlich nicht nehmen lassen. Da müsste ich noch mal kurz vorbeischauen. Da schneide ich uns einfach hin. Und wir gucken uns den einen Raum an, wenn wir ihn finden. Und, ähm, was wir auf jeden Fall mal gesehen haben. So, oh, ich freue mich. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Ich habe mich nicht verzählt. Verkaufen. Schaumspucker. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Expertenhändler, Errungenschaft freigeschaltet. Was mache ich jetzt mit dem Fallenschnapper? Hier. Oh, da gibt es gar kein, gibt es gar kein Ansehen mehr für. Ja, okay. Aber die Münze habe ich noch bekommen. Wir sind Rang 3. Beim Headdown. Ich freue mich. So. Ich glaube, die anderen beiden Anbauflächen will ich nicht. Wir haben die Große für die Bäume. Das sollte reichen. Wir müssen auf jeden Fall die drei Sachen kaufen. Ähm. Also eigentlich kaufen wir alles. Allerdings nicht. Anbauflächen muss man mal überlegen. Aber ansonsten würde ich mir alles mal angucken wollen. Zugbrücken. Was ich gern hätte. Trading Post Kassette. Das wäre schon ganz geil. Surfbrett. Jemand hatte Pech. Ein Kühlschrank. Warte, wollen wir uns einen Kühlschrank kaufen? Für unsere Küche? Hätte ich so einen Bock? Warum gibt es denn jetzt eigentlich noch Angelköder? Okay. So, warte mal. Wir kaufen einen Kühlschrank. Für unsere Küche. Ich hätte tatsächlich gerne Titan Ernst. Einmal. Und das Horn. Jo. Komm. So, machen wir es. Dann müssen wir beim nächsten Mal die Experten Angelköder ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, was die bringen sollen. Kriegt man da geilere Fische zum Angeln? Weil im Rang aufsteigen kannst du ja nicht mehr. Vielleicht gibt es da was Geileres zu beißen. Aber wir müssen ja eh noch ein paar mehr her. Das waren jetzt die Sachen, die mir als erstes Mal am Herzen lagen. So. So, schnell zurück aufs Schiff. Du hast noch einen Baum gefunden zum Umhacken. Immerhin. Ach komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt hau ich aber ab. Geh weg. Wie schnell ist der denn wieder da? Oh Gott, hör auf. Oh Gott. Hier kommt es nicht runtergeglitten, war? Äh, stinker. Wahrscheinlich kommt er gleich jetzt hier von links runtergepirscht. Okay. Wir sind durch mit der Insel. Das reicht mir mal lange noch hier. Ich schmeiße schon mal die Motoren an. Ich glaube, wir fahren erst kurz ich setze mal kurz auf Tangaroa. Wir erledigen den ähm in einem Raum dann vorher noch mal. Ich hoffe, da ist auch was dran. Wir werden es rausfinden. Den ich da übersehen habe. Und dann geht es weiter zum Varuna Point. Wir haben hier eh auf dem Floß noch genug zu tun nebenbei. Ähm Ich schätze mal, die Batterie wird mir vorher alle gehen. Oder muss man die Koordinaten kurz äh 7025 Oh Gott. 70 7025 Okay. Wir müssen uns einmal komplett drehen. Klappt das jetzt hier mit den Motoren? Einfach so? Oder muss ich hier noch was machen? Nein, es geht. Achso, du musst natürlich ein Anker. Jo, let's go. Na, haben das Ruder rumgerissen. Können wir nämlich währenddessen auch schon mal ein bisschen Hölz sammeln. Oh mein Gott, das wird... Wem wird schnell schwindelig? Ganz nicht willkommen. So. Kurs ist gesetzt. Können wir schon mal eine Weile in die Richtung schippern? Und wenn mein Zähler passt. Wollen wir auch, ja. Naja, wir sind doch zügig unterwegs. Alles bestens. So, wo war ich denn jetzt hier stehen geblieben? Batterien kannst du schon mal? Die brauchst du sowieso gleich. Wahrscheinlich müssen wir uns auch noch welche bauen. Hey, auf jeden Fall mal den Kühlschrank. Den gucken wir uns jetzt mal direkt an. Können wir den hier hinstellen? Und zwei Kisten? Ist jetzt die Frage, was der für einen Lagerplatz hätte, ne? Oder machst du den sogar mal hier vor? Ist auch blöd. Das ist ein Filmgeräusch. Achso, da hat gerade einer was gefressen. Ich bin mir echt unsicher, ob wir dann mit zwei Kisten. Ist ein bisschen knapp, ne? Würde gerne erstmal hier reingucken, was hier so reinpasst. Guck mal. Mit Pufferfisch. Stickern drauf. Oder Magneten. Wahrscheinlich Magneten. Ah, okay. 25 Plätze. Zusätzliches Eisfach hat er nicht, aber es ist Licht. Es liegt im Kühlschrank. Nice. Fünf Plätze mehr wie eine Kiste. Das ist eigentlich ganz cool hier. Ja. Dann könnten wir uns hier vier Kisten trotzdem noch reinmachen. Dann hätten wir mehr als genug Platz. Und ich glaube, ich komme mit einem Grill auch zurecht, ne? Dann hätten wir alles, was wir brauchen, hier schon in der Küche parat. Muss mal ein bisschen gucken, dass du nicht gleich auf eine Insel hämmerst. Im Augenblick sieht es noch gut aus. 19 Münzen. Das Horn probieren wir jetzt noch aus. Das hängen wir nämlich auch hier hin. Oh ja, da ist direkt eine Insel. Alter, ist das luxuriös. Wir kommen. Yo, das ist mal eine geile Tröte. Mama. Geil. Halt. Wusste ich doch, dass mir das sonst wieder abgeht. Das glaube ich. Das war nur das neue Wikingerhorn, ne? Ihr braucht euch da nicht wundern. Das werdet ihr jetzt öfter mal hören. Ach du Scheiße. Ich muss ein bisschen links dran vorbei, glaube ich. Anhalten wollte ich jetzt hier nicht unbedingt. Ihr bräuchte zwar ein bisschen Schrott. Fahr mal lieber ein bisschen großzügiger. Dein Schiff ist schon ein bisschen größer mittlerweile. Da dran vorbei. Was hat das? Jaja, das haut hin. Musst nur gleich nochmal einen Kurs korrigieren. Ah, geil. So, als nächstes dann. Ich würde jetzt schon mal ein bisschen Holz verwenden, um hier oben die Decke ein bisschen auszubauen. Ah, das passt. Mach mal kurz an. Musst mal wieder ein Stückchen rechts rüber gleich. 1300 Meter. Dann sind wir beim nächsten Mal bestimmt schon kurz da. Um den Raum nochmal abzuchecken. Kleinen Tuck noch rechts. Ja, das geht aber. Kannst du machen. Mach mal. Diese Motorsteuerung, ne? Das ist der blanke Luxus. Sehr gut. Jo. Passt. So, hier ist alles in Ordnung. Wasser ist auch voll. Das funktioniert alles. Batterien sind am Start. Das ist alles bestens. Dann brauchen wir uns da schon mal nicht drum kümmern. Ähm. Genau. Ich wollte noch Glas machen für Honig. Alter Schwede. Was wird demnächst mal ein Zettel machen? Nehmen wir mal 10 Stück raus. Da können wir, glaube ich, 60 Honig mit verarbeiten, wenn man die alles täuscht. Äh. Der war doch hier, ne? Juh. Ja. 10. Sehr gut. Dann füllen wir hier auch gleich mal wieder auf, dass hier weiter Bio-Sprint hergestellt wird. Belöhnchen rein. Komm, die eine ist das nächste Mal. Zur Feier des Tages. Oh. Naja. So. Alles klar. Äh. Inventar noch kurz ausleeren. Waren wir schon wieder auf der Insel zu? Oh Leute, was ist denn los? Ist da irgendwas Besonderes? Wie sieht's aus, als würde es da leuchten? Ich fahr mal... echt ein bisschen dran vorbei. Ich glaube... Da war nichts weiter. Ich könnte allerdings mal ganz kurz anhalten. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen Schrott noch holen. Ähm. Oh nein. Ich wollte rückwärts... Nicht rückwärts. Ich kann auch rückwärts fahren mit dem Ding. Guck jetzt aus. Aber jetzt habe ich es ganz schön weit zum Anker, ne? Naja, wohl. Das geht schon noch. Ja. Hier ist doch perfekt. Dann hole ich ein bisschen Schrott ab. Fahre, ähm... nach Tangaroa. Und wir sehen uns da dann in der nächsten Folge. Ähm... Wir haben also einiges jetzt schon wieder aufgebaut und hingestellt. Ich würde nur noch mal ganz kurz mit euch zusammen... Ja, das wird nämlich echt knapp mit den Nägeln. Ich muss ja hier noch ein paar Balken bauen. Hoppala, Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier diese Balken ziehen will, dann brauche ich jede Menge Schrott. Das wird nicht ganz reichen, was wir da haben. Äh... So. Ich würde zumindest schon mal eine Reihe rausziehen hier. War das jetzt überhaupt richtig? Irgendwie ist das grundsätzlich ein bisschen verschenkt, ne? Ich hätte eher hier, äh, ganz... Ne, doch. Hier wären Balken eigentlich ganz gut gewesen, dass ich rechts und links hätte anbauen können. Und dann der nächste erst hier wieder, oder? Ja gut, dann war ich halt noch jung und unwissend. Hab's hier nicht so schick ausgezogen. Ist nicht so schlimm. Entweder bauen wir dann außen noch ein paar Stützen. Oder ich ziehe halt eine Reihe mehr von denen. Das ist jetzt auch kein Problem. Lass uns wenigstens die eine noch schnell machen. Äh, Nägel. So. Müssten wir... Ich denke mal so bis hier erstmal gehen. Und hier würde ich dann auf jeden Fall noch mal so einsetzen. Äh. Ja. So ein bisschen abgestützt aussieht. Hier könnte ich auch rein theoretisch wieder einen wegnehmen. Einen von beiden. Dann müsste ich mir da nochmal überlegen. Das ist ja oben gestützt. Durch die hier, ne? Kann ich hier eigentlich keinen dran bauen. Ach ne, jetzt habe ich schon wieder Nägel alle. Ja. Ich muss dann halt Schrott besorgen. Aber ein bisschen Boden. Soll da eigentlich schon gehen. Zack. Das frisst natürlich auch wieder jede Menge Holz. Aber hier oben wird dann unser Wohnraum entstehen. Da freue ich mich schon drauf. Kann ich gleich nur die Bäume mit abklopfen. Und dann, wie gesagt, fahre ich los. Und wir sehen uns dann kurz in Tankaroa. Und dann geht es auf Richtung Varuna Point. Zwischenzeitlich können wir dann hoffentlich ein bisschen bauen. Dann, äh... Freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Morgen. Bei Raft. Mega geil. Ich glaube, ich muss die Hupe auch noch reinbauen. Das macht mir so ein Spaß. So, ähm... Ja, danke fürs Zusehen. Bis denne. Tschüssi. Bis denne. Tschüssi. 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 Vielen Dank.